Der VW ID.3 kommt so langsam ins Rollen. Wer sich hat vormerken lassen, soll noch dieses Jahr seinen ID.3 bekommen. Dazu schenkt VW den ersten Kunden noch ein Jahr Laden obendrauf. Die erste Serie des 4,26 m langen Elektroautos gibt es erstmal nur mit 204 PS und dem mittleren 58 kWh Akku. Auch bei den Farben gibt es erstmal nur vier zur Auswahl, genau wie es derzeit nur drei Ausstattungspakete gibt. Das Basismodell soll dann danach folgen. Für 40.000 Euro kommt es auf den Markt. Wer sich für die Plus-Version entscheidet, bezahlt 46.000 Euro und rund 50.000 Euro kostet dann die Top-Version. Soviel zum Preisniveau. Glänzen kann der neue VW ID.3 mit seinem sehr niedrigen Geräuschniveau und ausgewogenem Fahrverhalten. Wie bei anderen Elektroautos auch üblich ist bei 160 kmh Höchstgeschwindigkeit Schluss. Der Fahrer hat die Wahl, ob er den ID.3 wie einen Verbrenner im D-Fahrprogramm rollen lässt oder im B-Modus mit maximaler Rekuperation und dem sogenannten One-Pedal-Feeling. Leider wirken die Kunststoffoberflächen im Inneren nicht annähernd so hochwertig wie beim Golf und das Instrumentendisplay hinter dem Steuer ist ebenfalls sehr klein. Man hat manchmal das Gefühl, als hätte der BMW i3 dort Pate gestanden. Die ersten Kunden wird das wohl kaum stören. Trotz Corona-Krise und Elektronikbaustellen kann der ID.3 fast pünktlich auf die Straße rollen und wird dementsprechend noch vor Weihnachten zum Straßenbild gehören.